Rana Hadvasana ist der Geier. Rana Hadvasana gehört zu den Hüftöffnen und den Vorwärtsbeugen. Annika zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend strecke die Beine aus und spreize sie zur Seite und gib die Fußsohlen flach auf den Boden und halte die Knie etwas oben. Dann gibt die Ellbogen auf den Boden und die Hände unter das Kinn. Diese Stellung entwickelt die Abduktionsflexibilität in hohem Maße. Die Beine sind etwas gehoben, sodass der Oberkörper tiefer kommt als die Oberschenkel. Die Übung ist sehr gut, um die Energie im Beckenbereich zu aktivieren. Sie ist gut für die tiefen Bauchorgane, bringt das Prana ins Muladhara Chakra und lässt die Energie nach oben steigen. Der Geier ist auch ein Lebewesen, welches von Aas lebt. Das klingt jetzt erstmal nicht sehr sympathisch, aber was es heißen soll als Einstellung im Leben, Dinge, die vergangen sind und Dinge, die plötzlich kaputt gegangen sind, können auch transformiert und umgewandelt werden. So wie der Geier von dem lebt, was tot ist, so ähnlich kannst du auch wachsen und lernen von dem, was in der Vergangenheit war. Und manchmal Dinge, mit denen anderen nichts anfangen können, mit denen kannst du einiges anfangen. Es gibt auch diesen schönen Ausdruck sowohl Resilienz, aber es gibt noch eine weitere Fähigkeit, aus Dingen, die schiefgegangen sind, viel zu wachsen, Chancen ergreifen. Also wenn dein Leben irgendwann mal gescheitert scheint, Projekte schiefgegangen sind, dann sei dir bewusst, du kannst davon lernen und Neues machen. So ähnlich wie viele Erfindungen entstanden sind, weil ein Experiment schiefgegangen ist. So ähnlich kann manches, was in deinem Leben schiefgeht, etwas werden, wovon du neue Nahrung bekommen kannst. Vielleicht kennst du das, wie das Penicillin gefunden wurde. Eigentlich gab es eine verunreinigte Bakterienprobe und daraus ist dann Penicillin entstanden. Ich werde es jetzt nicht weiter ausführen, aber vieles entsteht durch Dinge, die scheinbar gescheitert sind. Und so wie ein Geier sich nähert von Aas, so ähnlich kannst du aus gescheitertem neue Nahrung ziehen.